So, ja, dann starten wir die Aufnahme und damit ein recht herzlich willkommen zum frischen Videomodul der Descriptive Statistik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Lageparameter und zwar wollen wir anhand eines Datensatzes, der noch nicht abgeschlossen ist, die Modalklasse ermitteln. Im letzten Video haben wir uns bereits mit dem Modus bzw. Modalwert beschäftigt, denn Lagemaße bzw. Lageparameter beschreiben die Lage einer Verteilung auf der Absissenachse. Damit ist die x-Achse gemein. Sie geben Hinweise auf Schwerpunkte einer Verteilung. Der Modus bzw. Modalwert aus dem letzten Video gibt die größte Merkmalsausprägung wieder und beschreibt den am häufigsten vorkommenden Wert einer Stichprobe. Im letzten Video bei Einzelbeobachtung, heute bei klassierten Daten bzw. bei Klassierung. Dementsprechend sieht natürlich die Berechnung des Modalwertes bzw. des Modus anders aus und man bezeichnet ihn auch nicht als Modus, sondern als Modalklasse, weil wir die Klasse bestimmen und nicht den einzelnen Wert mit der größten Merkmalsausprägung bzw. der, der am häufigsten in unserer Stichprobe, in unserem Datensatz vorkommt. Wir haben jetzt hier eine Häufigkeitstabelle, die noch nicht abgeschlossen ist. Kann zum Beispiel in einer Klausur vorkommen, dass man eine Häufigkeitstabelle mit Lücken bekommt, wo man auch Klassenbreite, Klassenmitte, kumulierte Häufigkeitsdichte ermitteln soll. Das werden wir kurzerhand tun. Ich werde euch nebenbei so ein bisschen erzählen, wieso die Klassenbreite jetzt hier wichtig ist, um die Modalklasse zu ermitteln oder die Häufigkeitsdichte wichtig ist oder auch die Klassenmitte. Das aber Ganze dann, wenn wir die Daten hier entsprechend eintragen. Wir haben kurzerhand zwölf Klassen hier zu berücksichtigen. Die Klassengrenzen sind angegeben mit der Unter- und Obergrenze. So wie die relative Häufigkeit. Was wir jetzt hier nicht finden, sind die absoluten Häufigkeiten. Die habe ich mir jetzt kurzerhand gespart, weil wir die nicht benötigen. Wichtig sind die relativen Häufigkeiten. Man kann theoretisch auch mit absoluten Häufigkeiten arbeiten. Sparen wir uns jetzt hier. Wir haben ja kennengelernt, bei den Grundbegriffen der Statistik arbeitet man mit relativen Werten, mit relativen Häufigkeiten, mit relativen Angaben. Klassenbreite kurzerhand mal bestimmen. Und zwar ist das einfach die Obergrenze minus die Untergrenze. Da haben wir hier eine Breite von 0,5. Das zieht sich jetzt hier bis zur sechsten Klasse durch, überall 0,5. Die Formeln zu den ganzen Berechnungen werde ich jetzt nicht alle noch abtragen. Die haben wir im Zuge der Häufigkeitstabelle bereits alle einmal notiert. Schaut euch die Videos dazu in der diskretiven Statistik an. So 0,5. Hier auch 0,5. Und jetzt haben wir so einen kleinen Cut und sehen, okay, die Breite beträgt hier 1, 1, dann hier schon 2, dann hier 3, 5 und 5. Deshalb ist es umso wichtiger, die Häufigkeitsdichte zu ermitteln. Denn wenn wir unterschiedliche Klassenbreiten haben, unterschiedliche Klassengrenzen haben wir immer, aber Klassenbreiten, 0,5, 1, 2, 3, 5, So, dann müssen wir uns an die Häufigkeitsdichte, an der Häufigkeitsdichte orientieren. Wenn die Klassen alle gleich breit wären, wir hätten ja überall eine Klassenbreite von 0,5, dann würde auch die relative Häufigkeit ausreichen, um die Modalklasse zu bestimmen. So, dann die kumulierte Häufigkeit. Okay, dann müssen wir jetzt unseren Taschenrechner nehmen. Habe ich hier schon parat. Und zwar als erstes hier die 0,018. Wir geben den Wert einmal in den Rechner ein. 0,018. Und dann immer plus den nächsten Wert summieren, beziehungsweise addieren. 0,115. Auch hier gilt wieder, dass wir sorgfältig arbeiten. Lieber ein bisschen langsamer, dafür aber sorgfältig. So, dann seht ihr ja, wollte ich jetzt schon 1 schreiben, aber das stimmt natürlich nicht. Hier gehört eine 0,133 hin. So, dann plus 0,148. 0,281. 0,281. Bei mir war das zum Beispiel in der Übungsveranstaltung so, dass da immer sehr flott wurden. Die Werte einfach nur abgetragen. Man hat sie natürlich vorbereitet, der Übungsleiter in der jeweiligen Veranstaltung. Und hat dann schlichtweg einfach die Werte abgetragen. Man kam gar nicht hinterher, die alle noch zu notieren, zu kontrollieren. Und teilweise konnte man die Schrift dann auch nicht lesen. Da habe ich es dann nicht verstanden, wieso man das dann nicht einfach auf eine Folie druckt und dann entsprechend an die Wand werft. Aber okay, das muss jeder Lehrstuhl für sich wissen. Nur da kam ich dann auch ein bisschen mit den Werten durcheinander. Da hat er dann teilweise falsche Werte abgetragen. So, dann plus 0,119. 0,767. 0,767. Vielleicht wird da einer jetzt denken, ey, wozu brauchen wir jetzt die kumulierte Häufigkeit? Daran lesen wir doch gar nicht hier die Modalklasse ab. Ja, das stimmt. Aber wir kontrollieren damit noch einmal unseren Datensatz. Wenn wir eigene Daten erhoben haben, immer kontrollieren. Wenn wir uns in einer Klausur Hausaufgabe finden und wir haben jetzt die relative Häufigkeit mit den Klassengrenzen etc. gegeben, macht das durchaus Sinn, einmal zu schauen, komme ich am Ende auf den Wert 1? So, und deshalb kumulieren wir. Es kann auch in einer Klausur vorkommen, in einer Hausaufgabe, dass Werte in der Tabelle falsch angegeben sind. Und dementsprechend komme ich auf ganz andere Ergebnisse, als wie das Ergebnis eigentlich sein sollte. So, also das ist jetzt Nutzung und Kontrolle unseres Datensatzes. Aber für die Modalklasse, für die Ermittlung der Modalklasse brauchen wir die kumulierten Werte nicht. 0,946. Dann plus 0,04. Dann haben wir 0,986. 0,986. Dann plus 0,11. Das könnten wir jetzt theoretisch alles... Oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Nochmal in den Taschenrechner eingeben. 0,986 plus 0,011. 0,997. So, und den Rest können wir jetzt einfach mal so hier abtragen. 9,99. Und dann hier die 1. Und da stellen wir fest, okay, kumulierte Häufigkeit. Wir kommen am Ende auf einen Wert von 1. Das heißt, die relativen Häufigkeiten in der Summe auf 1. Wenn wir größer oder kleiner liegen, haben wir entweder irgendwo einen Wert vergessen oder wir haben einen Wert zu viel genommen bzw. irgendwo eine falsche Zahl eingetippt. Also reine Kontrolle. Dann kommen wir zur Häufigkeitsdichte. Häufigkeitsdichte heißt absolute oder relative Häufigkeit durch die Klassenbreite. Und dafür brauchen wir dann die Klassenbreite. Deshalb haben wir die hier auch kurzerhand ermittelt. Also, das heißt, wir haben hier 0,018 dividiert durch 0,5. Haben wir 0,036. 0,036. Dann 0,115 dividiert durch 0,5. Haben wir hier 0,23. 0,23 ist jetzt ein bisschen Schreibarbeit, ich weiß. Aber da müssen wir jetzt durch. Dann haben wir 0,296. 0,296 ist ja auch jetzt so eine Wiederholung für einen, dass man nochmal kurzerhand erstmal lernt, mit seinem Taschenrechner umzugehen und nochmal so eine Tabelle erstellt. So, 0,368. 0,368. Dann 0,183 dividiert durch 0,5. 0,366. 0,366. Dann 0,119 dividiert durch 0,5. Haben wir 0,238. 0,238. 2,3,8. Man könnte jetzt auch hier sich nochmal kontrollieren von den Klassen 1 bis 6. Denn die Rangordnung bei den relativen Häufigkeiten müsste auch hier bei der Häufigkeitsdichte abgespiegelt werden. Abgespiegelt sagt man das so. Naja, wiedergespiegelt sein. So, haben wir das hier. Das hier müsste der höchste Wert sein. Haben wir hier auch. Der zweithöchste hier. Ja, haben wir auch. Und so kann man das dann einmal, die Rangfolge nochmal kontrollieren, ob die dann passend ist. So, bei den Klassen 7 bis 12 sieht das ein bisschen anders aus, weil hier die Klassenbreite sich unterscheidet von den ersten 6 Klassen und selbst unter diesen Klassen von 7 bis 12. Das heißt, hier können wir eigentlich direkt 0,122 abtragen. Hier 0,047 abtragen, weil wir hier E durch 1 dividieren. Hier hätten wir dann 0,02. Ja, 0,011 dividiert durch 3 haben wir hier 0,0037. So, hier müsst ihr dann euch entsprechend auch informieren, welche Nachkommastelle ist jetzt hier relevant für mich. Dann geht es weiter zu 0,002. 0,002 dividiert durch 5 haben wir hier 0,004. So, und dann die 0,001. 0,01 dividiert durch 5 haben wir 0,0002. 0,0002. Hier kann man sich immer kontrollieren, wenn man das Komma einfach mal verschiebt. 1, 2, 3, 4 Stellen passt. So, ja, damit stellen wir auch fest, Klasse 11 und 12 werden definitiv nicht die Modalklasse darstellen. Jetzt brauchen wir die Klassenmitte. Die Klassenmitte, dafür gibt es eine Formel. Und zwar haben wir einmal unsere Obergrenze. Wir können auch mit der Untergrenze anfangen. Die jeweiligen Klasse plus die Untergrenze. Das Ganze dividiert durch 2. Jo, das gehen wir jetzt kurz halt mal durch. Und zwar haben wir hier einmal die 0,5 dividiert durch 2. Dann haben wir die Klassenmitte von 0,25. So, dann, ja. 1 plus 0,5. Ja, 1,5 hätte ich jetzt in den Taschenrein eingeben müssen. Dann durch 2 haben wir 0,75. Das ist das, was wir am Ende in der Modalklasse auch angeben. Das zeige ich euch gleich. Da haben wir hier ein 2,5 durch 2. Ja, also ein 1,25 muss ich jetzt auch nicht in den Taschenrechner eingeben. Ich bin da irgendwie so dran gewöhnt. Dann haben wir hier 3,5. 3,5 dividiert durch 2. 1,75. Ich denke, das Prinzip sollte jetzt auch deutlich geworden sein. Dann 4,5 dividiert durch 2. 2,25 sind 2,25. 2,25. Dann haben wir hier 5,5 dividiert durch 2. Dann haben wir hier 2,75. Und dann die 3 plus die 4. 7 durch 2 sind 3,5. Und ich gebe das schön fleißig wieder in den Taschenrechner ein und komme hier immer wieder gegen meinen Kuli, den wir jetzt mal schön weglegen. So, 9 sind dann 4,5. 12 sind dann 6. 17 sind 8,5. Hier sind dann 12,5. Und 35 durch 2 müssen 17,5 sein. Ja. So, also das muss man jetzt hier nicht in den Taschenrechner eingeben. Wenn man in der Klausur nervös ist, einen Blackout hat, dann nimmt den Taschenrechner zur Hilfe, gibt die Werte aber stumpf ein. Egal, wie billig die Werte sind. Ja. Und damit haben wir hier die Klassen mitten angegeben. Und damit können wir jetzt die Modalklasse ermitteln. Und zwar, was steht hier? Die größte Merkmalsausprägung am häufigst vorkommender Wert. In diesem Fall müssen wir uns auf den dichtesten Wert fokussieren. Das heißt, wir schauen hier auf die Häufigkeitsdichte. Ob wir die jetzt absolut oder relativ berechnet haben, spielt jetzt keine Rolle. In diesem Datensitz haben wir sie relativ berechnet. Wir hätten auch alle anderen Werte noch berechnen können. Aber das haben wir ja bereits im vorherigen Video schon gezeigt, dass wir das können. So, dementsprechend Modalklasse betiteln wir als xm. Und dann nehmen wir hier unser mk für die Klassenmitte. Übrigens, das hatte ich voll vergessen. Klassenmitte mk für Mitte. Relativ Häufigkeitsdichte können wir auch nochmal. Vhk-Sternchen. Dann kumuliert Vhk. Dann hatten wir hier hk, Klassenbreite. D, K, Klassengrenze war das Paket. Unter, Obergrenze. Und die Klasse war einfach nur unser K. Das war unser Indiz. I, also einigt euch auf Notationen, die ihr im Laufe des Studiums der Schulzeit verwendet. Am besten an die Vorlesungen halten. Ich kenne das. Wenn die Professoren, Dozenten, Übungsleiter weg sind, dann kommen auf einmal ganz andere Notationen ins Spiel. Oder wenn man ein Semester, ein Schuljahr wiederholt, dann werden auch nochmal die Notationen geändert. Das ist ärgerlich, weil man sich entsprechend daran gewöhnt hat. Aber wenn ihr das in der Klausur vorher kennzeichnet, dass ihr statt m n verwendet oder statt kl oder so, statt x z oder so, dann weiß der Leser eben Bescheid. So, in diesem Fall haben wir dann eben hier mk. Wir schauen mal kurz den dichtesten Wert. Häufigkeitsdichte. 0,036, 0,23, 963. Haben wir noch was Größeres? Ich gucke gerade nochmal. Was größeres als 0,368 sehe ich jetzt hier nicht. Also nehmen wir die vierte Klasse. In diesem Zuge 1,75. Und können hier nochmal hinschreiben. Die Modalklasse ist in diesem Fall die vierte Klasse. So, man kann auch schreiben Modalklasse, Doppelpunkt, vierte Klasse. Aber ich habe das so gelernt, dass man jetzt hier die Klasse Mitte schreibt und bei Einzelbeobachtung den einzelnen Wert hinschreibt. Man schreibt nicht die relative Häufigkeitsdichte oder die relative Häufigkeit oder Klassenbreite oder irgendwas jetzt hier hin, sondern die Klasse Mitte oder einfach hinschreiben in einem Antwortsatz vierte Klasse, das ist meine Modalklasse. Einfach ersichtlich ist, dass ihr, dass der Leser einfach Bescheid weiß, okay, was ist eure Lösung. So, ich beende jetzt an der Stelle das Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.